Krieg in der Ukraine. Krieg im Gazastreifen. Krieg um Bergkarabach. Wir leben in einer Zeit neuer Kriege. Zeiten des Krieges, das sind Zeiten der Lüge und Zeiten der Propaganda. Recherchieren hilft herauszufinden, was hinter der Propaganda steckt. In Zeiten der Lüge und der Propaganda können wir zurückgreifen auf die Methodik der Recherche, auf einen Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Ich zeige Ihnen, welche Grundlagen dafür erforderlich sind, wie der Werkzeugkasten zur Anwendung der Recherche aussieht und welche Recherchebarrieren es gibt. Demnächst in Wissen ist relevant. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF